Die Geschichte heißt der Suppen-Casper. Suppe, ja. Suppe. Kasper, Kasper ist ein Junge oder ein Mädchen. Ist ein bisschen verrückt. Ja. Kasper ist, Kasper ist, Kasper ist ein Mann, ist ein bisschen verrückt. Das ist, like, silly things. Kasper, Kasper, das ist richtig. Okay. Das fällt jetzt auch so ein Leben. Okay? Okay. Kasper war ein Junge. Kasper war ein Junge. Und er war dumm. Er war nicht dumm. Er war... Er war... Er war... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Er war ein... Er war ein dicker Junge. Er war ein dicker Junge. Er war ein dicker Junge. Er war dick und er war auch... Oh, ihr war ein dicker Junge. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, die Wangen. Er war dick und gesund und hatte rote Wangen. Jeden Tag, jeden Tag als Kasper Suppe. Aber eines Tages saß Kaspar auf dem Stuhl. Der Stuhl ist... Eines Tages saß Kaspar auf dem Stuhl. Und die Mutter gab Kaspar Suppe. Und Kaspar sagte, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag war Kaspar... Das ist Tag 1. Am nächsten Tag, Tag 2, der zweite Tag, war Kaspar nicht mehr so dick. Er war dünner. Hier ist Kaspar, schau. Er ist nicht mehr so dick. Er ist ein bisschen dick. Ja? So. Das war am zweiten Tag. Am zweiten Tag war Kaspar dünner. Dünner nicht? Dünner. 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 Finner. Dünner. Am zweiten Tag war Kaspar dünner. Aber auch am zweiten Tag gab die Mutter Kaspar Suppe und Kaspar sagte, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag... Oh nein. Das ist der dritte Tag. Das ist der dritte Tag. Am dritten Tag war er dünn. Nicht dick. Nicht dünner. Dünner. Dünn. Er war dünn. Schatz. Am dritten Tag war Kaspar dünn. Dünn. Und Kaspar war auch schwach. Oh. Schwach. Er war nicht gesund und stark. Er war krank. 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 Und schwach. 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 In Englisch. Tobias? Weak. Ja. Er war krank und schwach und dünn. Und auch am dritten Tag kam die Mutter und gab Kaspar Suppe. Und auch am dritten Tag sagt Kaspar... Oh nein. Ja. Meine Suppe esse ich nicht. Nein. Ich esse meine Suppe nicht. Oh nein. Am nächsten Tag. Am vierten Tag... Oh nein. War Kaspar so dünn? Oh nein. Er war so dünn. Er war ein... Strich. Ein Strich. Das ist ein Strich. Ein Strich. Ein Strich. Oh nein. Oh nein. Das sind meine Arme. Und die Hände. Und die Beine. Oh nein. Er war dünn wie ein Strich. Nein. Er war nicht gesund. Ist das gesund? Nein. Nein. Er war nicht gesund. Er war krank. Sehr krank. Und sehr schwach. Und sehr schwach. Super. Super. Aber auch am vierten Tag kam die Mutter mit der Suppe. Oh nein. Und auch am vierten Tag sagte Kaspar... Kaspar. Ja. Ich esse meine Suppe nicht. Oh nein. Meine Suppe esse ich nicht. Am fünften Tag kam die Mutter nicht. Am fünften Tag gab die Mutter Hans keine Suppe. Am fünften Tag... Hans? Oh, Hans, Kaspar. Entschuldigung. Am fünften Tag gab die Mutter keine Suppe. Denn Hans war tot. Kasper. Kaspar. Kaspar. Kaspar hat tot. Tobias, danke. Du passt auf. Kaspar. Bäh. Der Strich, Kaspar. Wie. 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 Treckel. Treckel. Treckel.